Drake? Was? Wo ist das Türloch? Es ist gleich hier, es ist doch angezeichnet mit einem fetten Stift. Du hattest den Auftrag, es mit der Säge auszusägen. Das mach ich gleich. Ach wirklich? Ja. Dann hol doch mal die Säge. Okay, ich hol sie. Ich erkenne das Problem. Oh, tatsächlich! Ich erkenne das Problem.